Lieber Herr Bürgermeister Schmuckenschlager, lieber Herr Stadtrat Kaufmann, Servus Stefan, Servus Christoph, ich bin's, der Harry Bintler aus Klagenfurt. Ich habe eine dringende Botschaft an euch. Jetzt bin ich extra von Klagenfurt nach Klosterneilburg gezogen, damit ich da jetzt mit der Jugend von den Eisbrechern vom Klosterneilburger Eishockeyverein mich zusammentun kann. Das Einzige, was die brauchen, damit sie wirklich einen guten Erfolg haben, sportlich und in ihrem weiteren Leben, ist ein unendlicher Eisplatz. Der muss 13 Meter länger werden und der darf nimmer mit Ammoniak gefüllt sein. Das versteht sich von selber. Also, Leute, nehmt ihr das Herz in die Hand und die Geldtaschen aus der Hose und baut einen gescheiten Eislaufplatz für die Wutzerl an. Und dann werden sie irgendwann einmal gegen meinen KAC wahrscheinlich einmal gewinnen. Okay, vierte.